Was passiert, wenn jetzt Spinnen kommen und einfach über dein Gesicht krabbeln und du kannst dich nicht bewegen? Dann bin ich morgens aufgewacht, konnte meine Freundin nicht mehr sehen. Ich habe Therapeuten gehabt, da haben wir Posaune gespielt. Assistenz, die Umkehrung, der Machtverhältnisse in der Pflege, Loyalität ist keine Einbahnstraße. Und dann sitzen halt auch mal sieben Assistenten einem gegenüber und sagen, Christian, das, was du da machst, ist einfach scheiße. Es gibt halt einfach Situationen, die sind neu, die sind so neu, dass noch nie jemand so richtig darüber nachgedacht hat. Egal, wie es dir heute geht, aber in 14 Tagen geht es dir besser. Die Grenzen sind im Kopf, das ist Leidensfähigkeit und Organisation. Die Grenzen sind im Kopf, das ist Leidensfähigkeit und Organisation. Die Grenzen sind im Kopf, das ist Leidensfähigkeit und Organisation. Die Grenzen sind im Kopf, das ist Leidensfähigkeit und Organisation.